Was ist die Gleichstellung? Reden wir über Gleichstellung. Fakten liegen auf dem Tisch. Frauen kommen 20% weniger Lohn und 40% weniger Renten rüber. Dieser Lohnunterschied zwischen Mann und Frau bedeutet vor allem eines, die Altersarmut betrifft hauptsächlich die Frauen. Ohne Lohngleichheit darf es keine jenseitige Erhöhung des Rentenalters geben. Die Gleichstellung von Mann und Frau, die seit 1981 in unserer Verfassung steht, muss jetzt endlich umgesetzt werden. Dazu gehören gleiche Lohn für gleiche Arbeit und die gesellschaftliche Aufwertung der Frauenerbet.